Warum hat sich das denn jetzt losgelöst? Hast du, ja keine Ahnung, irgendwas abgebaut, was Energie? Nee, eigentlich ist es egal. Nein, ich habe den Reaktor extra dran gelassen. Oh, jetzt muss er aber aufbauen. Vor allem der eine ist noch verbunden. Okay. Der eine ist ja noch fest. Ha. Strangier würde ich sagen. Ja, das wäre gut. Hä, das hat sich einfach nur gedreht. Warum? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Weil es bewegt sich weiter, oder? Das zuckt bei mir so rum. Ich würde sagen, den großen Thruster, da soll man auf jeden Fall abbauen. Warum? Wobei, der hält das gerade ein bisschen. Ja, ich glaube. Du kannst mir vielleicht mal hier hinten kurz einsammeln helfen. Könnte ich tun. Wobei, soll ich nicht lieber mit dem Schiff kommen? Wenn das schon geht. Ja, müsste eigentlich fliegen. Oje. Auch drehen und landen? Ja. Und dann nur fliegen. Nö, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, ja. Ship fuel critical. Warum stecke ich ihn aus? So. Du hast halt nur auf, dass wenn du dich drehst, dass du halt nicht gegen das, äh, gegen mein Schiff fliegst. Äh. Erstmal muss ich schauen. So. Das funktioniert alles okay. Konnte ich mich nochmal abdocken? Also ich meinte, es war immer P, aber lässt man meint, es wäre nicht P. Nee, mit P geht's nicht. Warum ist denn meine Gesundheit niedrig? Boah, ich flippe aus mit diesem Ding hier, ne? Elm an. So. Dann machen wir es halt anders. Dann, müssen wir das manuell lösen. Boah, ey, wir haben 926 in einem und 313 Stahlplatten im anderen Kotel. Scheiße, okay, warte mal. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass noch gar nicht fertig ist, das Fahrwerk. Oh. Eine Stahlplatte, ein Motor, ein großes Stahlrohr. Große Stahlrohr, ich glaube. Eine Stahlplatte und ein Motor. Wie viele halt auch einfach rumliegen, ne? Vor allem in dem Schiff sind ja nochmal so viele Sachen, die auch einfach so rumliegen. Naja, Container wird wahrscheinlich auch noch voll sein, ne? Ja klar, Container, dann das eigentliche Schiff. So, okay. Aber ich glaube, dann haben wir auch erstmal genug Ressourcen. Ähm, an. Rinn. Jetzt geht's auch um P. Ach, scheiße. Ohne Licht ist das alles ein bisschen doof. Und? Warte, soll ich dich ausleuchten? Oh Gott. Boah, also what the fuck. Tschüss. Ja, ich hab was vergessen. Was denn? Das Schiff kann ich nach links und rechts lenken. Ich frag sogar noch. Ich frag ja sogar extra noch, ist alles dran, ja? Ja, theoretisch ist alles gut. Oh mein Gott. Er ist möchte schlafen. Ey, du bist ein Katastrophen. Also auf dem Planeten, du magst ja vielleicht im Weltraum besser fliegen, ne? Aber auf dem Planeten, du bist eigentlich kein Deut besser als ich. Aber nicht mal im geringsten besser. Das Gyroskop funktioniert gar nicht, ey. Was soll denn das für ein Scheiß? Ja, das liegt am Gyroskop. Ja, natürlich. Irgendwas muss ja schuld sein. Alter. Ah, das ist nochmal schnell Thruster bauen. Was brauch ich denn für den Kack nochmal? Huch, wo kommen die ganzen Sachen auf einmal her? Welche Sachen? Hast du Sachen in den Container reingetan? Ja, kann sein. Strange. Jetzt gerade? Ne. Hier ist nichts so, als ob. Äh, Thru... Thrust da. Ah, viele Motoren, viele dies und viele das, alles klar. Gestaltplatten, Herstellungskomponenten. Ich glaube, zum Bauen reicht das dann schon mal. Mary ist halt müde, ne? Mary had a little lamb, little lamb. Little lamb, Mary had a little lamb. Na, 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 na. Mary. Ja. Little Mary, bitte, ja. Ja, Mary kann aber scheinbar nicht, äh, richtig fliegen. Ja, das beheben wir das Problemchen. Kinderkrankheiten. Ja, wie bei dem, wie bei dem einen Fahrzeug, ne, war auch nur eine Kinderkrankheit. Ne, das war wieder so ein kosmischer Kiesel, der da auf dem Boden lag. Ja, du und deine kosmischen Kiesel. Ja, kann ich auch nix für, du, die sind einfach, äh, krass drauf, die Dinger. Da machst du halt nix. Ja, mittlerweile habe ich auch dahinten alles eingesammelt. Sehr gut. Das war mein eigentliches Ziel. So gut wie. Also jetzt fehlen wirklich nur ein paar. Ja, kannst du gleich da hinten an dem, äh, an den Tower abbauen, den Turm. Mhm. Du bist ja dann mobil. Mhm. Theoretisch bin ich das. Ja. Klar. Gucken, wie lange es dauert, bis das Schiff umgedreht ist oder nicht mehr flugfähig ist. Ja, umdrehen sollte, ja, egal sein. Ja, also bis es nicht mehr flugfähig ist. Ja, das ist eine andere Geschichte. Also ich gebe dir zwei Folgen. Zwei Folgen? Also, keine Ahnung, 40 Minuten. Okay. Dann behaupte ich, ist das Ding nicht mehr flugfähig. Okay. Alles klar. Und du wirst es wahrscheinlich nicht mehr einmal anfassen. Ah, das kann sein. Nur um mir zu beweisen, dass es immer noch flugfähig ist nach zwei Folgen. Ja. Das ist, äh, totally correct. Ich weiß. So. Achso. Das ist ja schön, dass du jetzt hier rumfliegst. Ja. Manche auch. Ui. Ah, nee, warte, ich muss nochmal zurückkommen, oder? Ach, ist egal. Da ist der Turm. Ich sehe ihn ganz, ganz leicht durchschimmeln. Da hast du immer noch kein Licht gebaut. Ne. War erst mal auch nicht angeplant hierfür. Wäre das nicht eigentlich wichtig? Nö. Man sieht da noch ein bisschen, was das reicht, ja. Das letzte Mal, als du fast noch was gesehen hast, ein bisschen was gesehen hast, bist du gegen den Thruster von meinem Schiff geflogen. Ja, mein Gott. Hey, wann denn? Gerade eben. Hä, wann denn? Dann hast du dich von dem Ding abgeschlossen und umgedreht. Ja, aber da konnte ich ja nicht rechts und links fliegen, sonst hätte ich das ja hier alles, äh. Aber es ging. Ja, ist okay, ist ein bisschen langsam träge, aber... Träge? Ja, ein bisschen, finde ich. Ehrlich? Ja, meines Empfindens nach, ja. Ja, halt nicht. Ich bin so verwundert, weil ja die Autos waren ja immer recht flott unterwegs. Ja. Aber ich denke mal, das liegt doch daran, dass die ja direkten Kontakt haben. Also ich habe mit dem jetzt auch keinen Vollgas gegeben. Hm, okay. Weil man nicht so viel sieht, aber... 1500 Stahlplatten bis jetzt. Und mein halbes Schiff steht halt noch. Da kann man doch was mit arbeiten, ne? Möchte ich meinen. Oh. So. Da müssen wir den Scheiß hier reinladen. Wie viel ist denn hier drin? Ah, das ist auch nur so wenig, ey. Hm? Das sind auch nur 6000 Liter. Ja, gut, kleiner Schuss. Was hast du jetzt? Gebrochen? Klein? Also ich glaube, ich habe den Eindruck. Nee, kann ja nicht. Da macht das so viel aus zur Station. Das ist ein mittlerer Frachtcontainer. Der Station hatte 15.000, ne? 31. Echt? War das nicht ein großer? Nee, das war sogar der kleine, nur. What? Okay. Das. Ja, das ist schon krass. Der Unterschied. Ja. Ja, ich meine, das geht ja trotzdem, aber das dauert halt alles ein wenig länger. Gehen tut schon, aber trotzdem ist das schon ziemlich heftig, ne? Wenn du überlegst, ein kleiner auf einer normalen Station hat 31.000 und ein mittlerer, oder der groß hat auf dem Schiff, glaube ich, sogar nur 15.000. Also gut, das ist dann ein kleines Schiff, aber trotzdem. Schon ziemlich hopsch, ne? Ja. Kann man so sehen. Also ich mache mal hier, glaube ich, mir einen Shortcut für die Batterie rein, ne? Das wäre mal eine Idee. Ja, das Problem ist halt dadurch, dass wir halt die Energiezellen nicht wieder rausbekommen. Ja. Wir dürfen halt nichts verschwenden und dann müssen wir halt echt überlegen, wie wir die Dinge aufladen. Hm. Aha. Hm? Was ist mit dieser Welt nur los, ohne Spaß? Warum? Das Fahrwerk ist gerade einfach abgebrochen. Während das Schiff da einfach nur stand. Und es war noch nicht einmal zwei Folgen, das erste Ding geht kaputt. Äh, 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 es ging darum, nicht mehr flugfähig zu sein, das ist noch flugfähig. Ne, ich habe ja gesagt, es waren nicht einmal zwei Folgen, das erste Ding ging kaputt. Ja, darum ging es ja nicht. Ey, das war... Es fällt jetzt so nach und nach, bricht das jetzt einfach so auseinander. Ja, das kann gut sein. Du siehst, wie alle einzelnen Teile auf dem Boden rumliegen. Aber das ist eigentlich meine Schuld. Nö. Wenn die Dinge hier einfach abbrechen... Ja, Moment, meine Helplatte war ja auch nicht eingebettet, dass du schuld sein musst. Ja, doch, das geht ja damit einher. Wenn ich jetzt wiederher gehe und das einfach abbaue, dann... Habe ich trotzdem gewonnen. Ne, hast du nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Kannst du sagen, was du willst, Slowmo Guy? Ist nicht so. Der Wisser hat gesprochen. Ja, gut, in letzter Weise fahre ich aber trotz Slowmo immer noch besser als du. Ja, vielleicht ist es auch genau das, warum du besser wisst, ey. Ja, 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 ja. Ist das einfach zu schnell alles? Ja, 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 ja. Ist das so schnell? Ja, wahrscheinlich. So wie die Leute, die mit 128 FBL spielen müssen, weil das alles so zu langsam ist. Ja, nee, das ist mir auch zu schnell. Du hast 128? Ja. Ja, da kommst du ja kaum. Aber du brauchst das doch zum Spielen. Nee, ich nicht. Ja, doch. Nein, ich nicht. Ja, bei CSGO schon. Ja, gut. Habe ich ja vielleicht Glück, dass ich das gar nicht spiele. Doch, du spielst das. Ach so, okay. Du weißt es nur noch nicht. Ach so. Das wird doch dein neues Langzeitprojekt, meinst du. Ach so, wird es das? Ja, du bist doch jetzt CSGO-Meister, wie du ein Spider-Meister wurdest. Ach so, okay. Dachtest du doch jetzt, ja, das weißt du, das weißt du doch. Mach ich E-Sport, sagst du? E-Sport. E-Sport? Ohne E-Sport? Ja, sicher. Ja, das war doch deine Rede. War das das? Ja, was das? Was war das? Ja, was? Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn du sowas sagst. Ja, gut, ne? Ja. Wenn du das sagst, dann wird das ja wohl stimmen, ne? Ich denke schon. Ja. Ja. Du flunkerst ja nicht. Ne, würde ich noch nie tun. Man nennt dich ja auch Nico der Wahrheitssager. Ach so, nennt man mich. Ja. Komisch, wusste ich auch noch nichts von. Ja. Und diese Dinge, die wieder nur du weißt. Ja, das sagt man dir auch nicht so gerne ins Gesicht. Ach so, warum nicht? Ich hab keine Ahnung. Weil es so negativ ist, oder was? Ja, wir haben, glaube ich, Angst, dass wenn du es weißt, du nicht mehr die Wahrheit sagst. Ach so. Ja. Ich glaube, du lügst mich an. Was? Kann nicht sein. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Container. Ja, was? Äh, drin. Was? Das könnte gut sein. Ich baue das mal lieber in eine andere Richtung ab. Warum Quack? Ja, damit das nicht aufs Schiff fällt. Warum nicht? Ja, einfach nur so. Ist doch dein liebstes Hobby-Ding. Boah, das fällst du mir. Guck, wie lange du brauchst, bis du nicht mehr flugunfähig bist. Ja, das bin ich jetzt schon. Ich hab kein Hydrogen mehr. Ja, gut. Nicht mal zwei Folgen. Ach, ja. Gott, ey, wir haben so viel Panzerglas. Panzerglas. Können wir uns ein Aquarium bauen. 338 in dem einen und nochmal 567 in dem anderen. Ja, geil. Aquarium confirmed. Möchte ich da einfach mal nur zu sagen, ne? Wie viel Scheiß wir auch einfach haben. Und wie lange wir für sowas einfach gebraucht hätten, wenn wir die Asteroiden nur hätten. Das ist immer noch schneller als wie hier auf dem Planeten wahrscheinlich. Ja, das Problem ist, wir können halt nicht abbauen. Noch nicht. Weil der Bohrer ist ja noch nicht dran, ne? Nee. Kannst schon kaum fliegen. Oh Gott. Ich glaub, wir lassen den Bohrer auch, oder? Hm? Ich glaub, wir lassen das mit dem Bohrer auch. Warum? Ja, ich hab da ein bisschen Angst vor. Du damit fliegst. Ich will dich aber töten damit. Ich weiß. Deswegen lassen wir das ja auch. Nein, nein. Nein, nein. Alles wird gut. Na ja, wenn du das sagst. Ja. So, der Turm ist schon fast abgebaut. Ich seh nur, wie die Solarzelle da so seltsam nebenliegt. Ja, die stützt das Ganze. Was stützt die hier? Den restlichen Turm. Ach so. Den restlichen Turm, den es nicht mehr gibt, oder? Ne doch, hier gibt's noch ein paar Blöckchen. Gibt's noch. Na dann. Ich würd' ja sagen, das Schiff ist auch fast abgebaut, aber das wäre gelogen. Nö, das Schiff steht noch eigentlich eins an da. Ne, ich mein, meins. Ja, aber ich rede von meinem. Ich rede aber von meinem. Ja gut. Ja. Genau. So, krieg ich hier nochmal ein Fahrwerk jetzt so dran? Nö, das scheint nicht so der Fall zu sein. Ja, und kannst einfach... Ja gut, der Vorteil ist, eigentlich brauchst du es hier nicht. Ja, doch, zum Stehen wäre das schon vom Vorteil. Ja, klar. Aber ich meine, rein theoretisch... Wobei, ich hab eine andere Idee. Ohe. Man könnte doch als Landeplatz sozusagen einen Verbinder machen. Dann braucht man das Fahrwerk echt nicht. Ja, da brauchen wir erstmal einen Hangar. Ja. Ich meine, wir müssen sowieso früher oder später irgendwann einen Verbinder bauen, damit wir das Ding damit aufladen können. Ja. Ja. Ja, aber das ist jetzt so, weißt du, dann brauchen wir halt den... Brauchen wir das Ding nicht. Was? Ein Fahrwerk. Weil dann kann man ja einfach drauf landen und gut ist. Ja, aber eigentlich brauchst du es auch so nicht. Ja doch, wie soll ich denn so landen? Du, verfliegst du auch. Natürlich geht das schon. Das Blöde ist nur, dass ich dann... Das ohne Spaß irgendwann irgendwo anders ist. Das ist wie mit den Autos, weißt du? Manchmal muss ich einfach selbstständig die... Ja, das ist ja nur bei dir so. Ich bin nur der Einzige, der die ganze Zeit gefahren ist. Ja, klar. Also wir haben hier eine Solarzelle, die Freigänger ist. Die hat sich gerade einfach von dem letzten Block alleine gelöst. Ja. Ja. Solarzelle to go. Ja, vielleicht fliegt die jetzt automatisch dahin, wo sie hin soll. Das wäre super. Oh ja. Zweifelis. Ich kann auch nicht alles... Ah, ich kann die Solarzelle nicht mitnehmen. Schade. Was brauchen wir dafür nochmal für... Aber die Solarzelle kriegst du raus, oder? Ja. Die... Die Komponenten dafür. Äh, müsste ich? Das wäre gut, weil die sind ja schon recht wichtig. Hm. Klingt jetzt nicht so. Ja, ja, wichtig sind sie schon. Und ich müsste die auch rauskriegen. Ich hab das, äh... Äh, ja, doch krieg ich raus. Ja, das ist gut. Ich mein, wir haben zwar jetzt noch, glaub, 300, 200 oder so. Ja, dann war... Später. Boah, Panta Glass ist einfach so ein scheiße schwerer Stoff, ne? Scheiße, schwer. Scheiße, schwer. Scheiße, scheiße. Oh, ich werde angegriffen. Von wem? Du hast gerade eine Drohne. Ja, geil. Verarscht. Verarscht. Nein, das ist n'n'n'n'n'n'n'. Melo! Huch! Ich bin gestorben. Karma, Bitch. Um Karma. Was hat das mit Karma zu tun? Alles. Ja, ist wieder Karma. Wer ist denn schon wieder Karma? Das, äh... Brauchst du nicht zu wissen.